Ja hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonator und wir zocken Battlefield 4 die Beta. Ja jetzt wollte ich es auch mal ein bisschen Actionreiche herbringen. Und hallo meine Freunde, ihr seid auch wieder da. Hallo. Hallo. Das ist ja jetzt nicht so gut. Ja, ja, ja. Ja okay, ähm, komm. Hey, du bist ja, du bist im Gegner-Team, oder? Nebensohn. Oh man, wehe, du bringst mich um hier. Wo bist du, wo bist du? Bei B, bei B. Ich bin bei B, ich bin bei B. So, jetzt kämpfen wir auf B, jetzt kämpfen wir auf B. Na kleiner Tipp, wenn du zu B gehst, bist du sowieso tot. Da sind so viele Leute von mir. First kill. Oh. Was ist jetzt das ein gekillt? Alter, wie hat der uns noch kriegen kann? Ne, der hat sich doch eindeutig geduckt hier, der geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. was mir jetzt irgendwie bei Domination gefällt wow, what the fuck war das denn? der ist auf den Boden rübergerutscht der lag und ist über den Boden gerutscht wirklich? ja so der ist tot so wie noch keiner ja Leute, sagt mir wenn ich euch kille ja ich bin grad gut aufgelegt hier wuh nächsten kill wow das war jetzt eindeutig mehr Glück als Verstand hier ja ich glaub hier zeigen wir grad dem lieben Deltner wie das funktioniert naja tut mir eh so leid er verpasst uns immer und immer wieder ja du weißt wann er spielt ne? ja trotzdem ey ich find das eigentlich total unsozial von uns dass wir hier dann zocken stattdieren ja ja trotzdem ja trotzdem jetzt komm ich da nicht rüber jetzt bin ich auch mal weggenutzt worden von wen in Beta 511 sind wir echt in der gleichen Partie? Warum haben wir uns noch nicht gekillt? aber ach hinter mir dahint mah ja nö jetzt sind wir stehen dahint dahint du kommst da used er gekl念 Achtung, links ist jeden Fall einer. Oh, oh, oder doch nicht. Alter, da kann man nicht mal hier durch die dünne Scheibe hier schießen. Alter, die pulverisiere ich hier. Kannst du mal gucken, was meine KD ist? Scheiße, ich auch nicht. Ich bin gerade viel zu beschäftigt mit Kaffee trinken und... Kann man trinken? Stopp! Alter! Wir haben einen Schluck von meinem Flüssig-Pudding hier getrunken. Panus, wie weit bist du denn schon? Alter, 8-3 steht's bei mir. 8-3! Wir haben nur noch einen Objective Farmo. Will ich wieder raus? Nee, 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 tu einfach. Join einfach, wir brauchen dich eh hier. Fahren wir mal raus hier. Rauf hier. Ich hätte nicht reden können, ey. Keine Ahnung, wo die Tür aufgeht hier. Alter! Hä? Okay. Ich lebe noch. Alter, die sind ja richtig krass heute, ey. Check, das Problem ist jetzt unser. Nein. 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 Wir haben uns wieder getötet. Nein. Nein. Das ist ja eh einer von uns, ey, und ich will den jetzt, äh, hinterrückst ein bisschen... Hinter 40 rumbringen, hier. Ja, natürlich. Boah, voll die ABG in den Arsch bekommen, ne? Oh, ja. Tja, man sollte ja nicht oben stehen. Alter, was? Treffen, treffend, er kommt einmal um die Ergabe an. Jetzt habe ich gerade einen Nike umgebracht, ne? Und jetzt einen Revo. Boah. Okay, dass der jetzt nicht gestorben ist. Ja, es ist mein Pudding auch schon ausgekühlt hier, es ist gut. Wow. War das knapp und wir haben gewonnen. Boah. Das gewonnen? Ja, ich habe gerade gewonnen. Ich habe auch, ja, Team won. Dann bin ich doch bei dir im Team. Alter. Ja, so macht man Fortschritte, Leute, ja? Ich würde sagen, für das erste Let's Play reicht das, hm? Ne, oder? Das war ja wohl ein bisschen kurz. 12,5 und du bist bei 8,9. Ja. Und ich bin später reingejoint. Ja, stimmt auch wieder, aber trotzdem bist du negativ in der KD und ich bin posit, 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 positiv. Ich hatte einfach die falsche Waffe am Anfang. Den Humor hier kenne ich auch. Den Humor joint. Ja, ist schlecht hier. Der ist wirklich verdammt gut, auch in Battlefield 3, immer ein großes Lob an ihn. Ja, geht doch mal raus, bitte, kommt. Noch mehr Leute rausgehen, bitte. Ja, vor allem von unserem Team hier, ja. War es euch zu langweilig oder so? Ja, wir sind zu gut. Ja, wir haben ihnen dauernd die Kills geglaubt, ne? Aber ich wollte nicht immer eine Chance gelassen, wenn ich so. Ja, ja. So, jetzt reißen wir mit den 5 Maxall die anderen Maxall hier weg, oder? Natürlich. Aber das ist jetzt die letzte Runde auf Domination. Siege auf Shanghai. Und das ist immer so ein bisschen etwas schnelleres. Über jeden Fall, Battlefield 4 vorbestellt habe ich schon. Freue mich schon total drauf, hey, wenn es da wirklich losgeht. Haben wir alle so ziemlich? Haben wir eigentlich alle, ja. Ja. Und ich will, dass da Delta endlich dabei ist, ey. Das habe ich schon wieder vergessen zum Wechseln. Oh. Kann ich viel mit ihm. Okay. Aber mit das KH geht das eh verdammt gut. Ja, ne, ich will aber lieber bei dem Ingenieur in die AK-C. Ich will letztendlich das KH haben. Jetzt gucken wir mal, was es hier hinten für eine Waffe gibt. Das weiß ich ja noch gar nicht. Ey. Überkommen nicht. Oh, je. Oh, je. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Da, 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 da. Da, 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 da. Na, scheiße. Na, scheiße. Kannst mal sein, Alter. Aber damit habe ich. Ja, bitte. Bitte, bitte. Ja, natürlich. So ein Idiot. So, jetzt geht's hier sicher gleich wieder durch. Jawohl, geil. Sobald hier aufgeht, der ist sowas von kaputt. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Oh, ja. Oh, yeah. verdauen ja mit zielen hier bringt ja mal gar nichts wow so und jetzt rocken wir weiter das war jetzt gut gezielt von den typen hier Pionier mit der AK5C ja der spielt ja auch lange genug wow wow ja schießen wir auf die Schaufensterpuppe und kriegen einen Kelly hier ja genau effektiv einfach mal rein zueinander sehr schön nächsten Kill hier au das war jetzt gar nicht nett ja ey keine Muni mehr das ist für die Guten ne doch noch gestorben hätte ich mir nicht gedacht wie geht das denn ich dachte von der Seite kann man eigentlich auch kommen wenn einer mit einem Messer von wegen alter von gar nichts kommen ja ne von hinten ist das eigentlich also von hinten kam man eigentlich gar nichts ja richtig aber er kam von der Seite das ist ja vielleicht hat er dich nach hinten gedreht ganz hinterlistig hinterfatzig hier ich bin hier an die Seite gelaufen und ich bin hier ja ja keine Ahnung wenn es funktioniert äh behindert ist das wenn man selber das macht boah ne nicht wirklich ich wollte vorhin gerade ein Messer und das hat gar nicht geklappt hier ich lauf hier mal einfach drauf und munter drauf und los hier ja oben auf dem Dach sind es jemand au alter wie hat er mich kriegen können hier das ging jetzt sowas von schnell hier naja macht nichts auch von hinten um schiefen also unnötige Verluste hier ja ja warte ich gleich wo er ist oh man oh man oh man oh man ja da ist er voll da raus schiefen 13% leben hier nur mehr oh ok da kam einer von der Seite auch total hinterlistig hier auch von hinten von wo kommen sie denn eigentlich von wo kommen sie denn eigentlich ja alter die campen hier oben herum hier ja auf dem Dach 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 Alter die Usas müsste ja nachholen liegt hier beim Übergang ja wo man drüber gehen kann ist die jetzt gelegen ist die Waffe geil da dies wie in einer Schrot ähm in einer Schrot mit mit was eigentlich das ist jetzt ganz schwer zu sagen mit Explosionskugeln ja holen wir uns auch mal wieder ja holen wir uns auch mal wieder ok dann halt nicht geht irgendwie nicht egal ja wir sind Chinesen bist du Ami ja du kannst Team wechseln ich wechsle ja hier kein Team so sieht es einmal aus ja Alter ich finde keine Gegner hier ach hier 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 Alter ich finde keine Gegner und da stehen 5 Leute eh wie er weiß ich kann nie weiter auf den Kempel hab ich die auch nicht schlafen hab ich die auch nicht schlafen ich weiß man was ist das eigentlich was ist das eigentlich woow Alter Alter ja die Camp sich alle da rein hier Panos du bist doch auch sicherlich dabei oder Ayo Ayo Alter Micky Ricky hat mich gerade abgezogen hier ey und wie Micky Micky Superstar hoppa 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 go Мicky Superstar Ayo 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 Unter dir jetzt ist gern auf dem Mini-Map am brennt Ahbitte lassen wir den Granaten noch fliegen ja Jawoll aber trotzdem kein Kill bekommen Alter, das war jetzt so ein noobiger Schuss mit der Granate. Ballern wir einfach mal rein hier. Na ja. Schauen wir mal rauf. Höchstwahrscheinlich sind jetzt einige Leute oben. Ja, hättest dir wohl so gedacht, ein kleines Ablauf geben. Nein, zwei Stück Spiele. Spannend. Ah, falsch. Jetzt verdrück ich mich immer wieder. Das wollen wir mal auf dem Dach. Ja, wenn du wüsstest. Ja, ich weiß schon, dass ich gar nicht da kann. Nein, ich geh jetzt doch. Ich kann auch nicht. Nein. Oh, Panos. Wir haben abgeschossen und so war es genau hinter ihn, aber wir wurden gerade ausgeschossen. Aber wir haben dich abgezogen, Panos, ja? Nein, ist mein Gast. Warte. Ist mir noch egal. Wie ein kleines Guindia. Nee, coole Runde, Leute, ja? Mhm. Ja, somit bin ich hier wieder ein bisschen aufgestiegen. Yay, neue Waffe. Äh... Neue Waffe, neue Waffe. Okay, naja, okay. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüssi.